Hallo Leute, willkommen zu meinem Video. Hier ist mal wieder ein neuer Vlog von mir. Ich versuche den Vlog diesmal länger und spannender zu machen. Also ich gehe gerade zu ein paar Freunden, ich bin hier am Feld. Und was wir dann machen werden, das werdet ihr dann gleich sehen. Yo Leute, ich bin jetzt hier mit meinen Freunden draußen. Und wir wollen jetzt nochmal wegen gehen, bzw. mein Freund will wegen gehen. Der ist da gerade da hinten. Den sieht man da nicht. Aber der will jetzt wegen gehen und deshalb fahren wir jetzt kurz mit. Ich bin noch ein anderer Freund. Und dann sehen wir uns dann gleich wieder, wenn wir da angekommen sind. Yo Leute, also wir sind jetzt auf dem Weg dahin. Und wir fahren jetzt. Wir sind gleich da, dauert es noch. Denke ich mal 2-3 Minuten oder so. Und dann sind wir in... Sind wir da und dann werde ich halt dann weiterfilmen. Aber ich wollte euch das mal mitteilen, wir sind jetzt auf jeden Fall losgefahren. Und wir sind dann gleich da und dann filme ich weiter. So, wir sind jetzt fertig mit Willen und wir fahren jetzt wieder zurück. Und dann filmen wir noch an einem anderen Spot. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall fertig damit. Und ich bin jetzt hier noch wieder mit den paar Freunden noch draußen. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Yo Leute, also ich hole jetzt noch einen anderen Freund ab. Und dann treffen wir uns noch mit zwei anderen. Und dann bleiben wir noch ein bisschen draußen. Ja, das seht ihr dann ja in dem Video alles noch. Yo, ich bin gleich zu Hause. Also ich habe jetzt nicht nochmal gefilmt, weil es war nicht mehr viel los. Wir saßen ja nur noch und so. Aber ich laufe gerade nach Hause und ich halte dann wahrscheinlich gleich nochmal filmen, wenn ich dann wieder zu Hause bin. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch diese Perspektive gefällt. Oder ob ich lieber mich dabei filmen soll bei dem Vlog. Also ich habe gerade noch gegessen und jetzt packe ich hier meine Sachen ein. Also den PC und alles. Und dann werde ich gleich von meinem Vater nach Hause gebracht. Und dann werde ich noch ein Video machen, denkst mal. Und dann wird das Video wahrscheinlich auch zu Ende sein. Also ich hoffe, der Vlog hat euch dann gefallen. Ihr seht dann ja das nächste Video gleich noch. Yo, ich bin jetzt mittlerweile auch zu Hause angekommen. Also, ja, ich war dann bald schlafen gegangen. Und das war es erstmal mit dem Video. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie schon gesagt, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch das so gefällt oder ob ich mich selber dann filmen soll beim Video machen. Und ich hoffe, der Vlog gefällt euch. Yo, ich bin mittlerweile auch schon wieder zu Hause. Und ich werde jetzt mein PC hier aufbauen. Also ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt gleich mache. Aber wenn ich das gleich mache, kommt es auch noch mit ins Video. Aber auf jeden Fall, ich esse jetzt hier noch kurz was. Und dann werde ich wahrscheinlich schlafen gehen. Und falls ich den PC jetzt noch aufbauen sollte, schreibe ich euch das. Mach ich noch ein Video davon und dann seht ihr das auch noch. Ich habe den PC jetzt doch nicht angeschlossen, weil das Problem ist, ich habe halt irgendwie vergessen, mein Kabel mitzunehmen. Also mein Dingskabel, dieses Netzteilkabel hier hinten. Um das anzuschließen, habe ich vergessen, das mitzunehmen. Deshalb kann ich jetzt leider nicht den PC anschließen. Aber ist ja auch nicht so schlimm, weil dann fahre ich halt morgen wieder zu meinem Vater und tue mir kurz das Kabel. Und dann kann ich den PC wieder anschließen. Also ich glaube zumindest, ich habe es vergessen. Ich kann ja nochmal nachgucken. Aber ich glaube, ich gehe sowieso schlafen. Und ich wünsche euch dann allen eine gute Nacht. Ich werde davor, glaube ich, das Video dann noch hochladen. Also gebt da mal ein Feedback ab, wie es handelt so. Und ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Ihr könnt mir auch mal sagen, was ich dann auch noch alles ändern kann und sowas. Und wie schon gesagt, wie euch die Perspektive oder so hier gefällt. Also ja, bis zum nächsten Vlog dann.